Thomas Gottschalk, Sohn Tristan seinen Junggesellenabschied Bald steht eine große Hochzeit im Hause Gottschalk an. Dan Tristan, 34, der jüngere Sohn von Entertainer Thomas Gottschalk. 72, hat in Austin, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Texas, mit vielen Freunden seinen Junggesellenabschied gefeiert. Eindrücke der großen Partysause hat sein Bruder Roman Gottschalk, 40, in seiner Instagram-Story geteilt. Tristan hat an der langen Party-Tafel Platz genommen. Um ihn herum versammeln sich seine Vertrauten. Allen voran Bruder Roman vorne links. Der typische Cowboy-Hut? Beinahe für alle Pflicht. Anschließend muss der 34-Jährige sein können beim Bullenreiten unter Beweis stellen. Über die anstehende Hochzeit sprach Thomas Gottschalk bereits im November 2022 mit Bunte. Auf den großen Tag freut sich die ganze Familie. Seine zukünftige, eine Frau mit italienischen Wurzeln habe Tristan in New Jersey kennengelernt, verriet der Moderator. Immer wieder gewährt sein großer Bruder Roman Einblicke in das Privatleben der Familie. Teilte 2018 etwa ein seltenes Familienbild zu Weihnachten mit Mutter Thea Gottschalk, 77. Die Familie wanderte in den 90er Jahren nach Amerika aus, dort lebt Roman mit seiner Ehefrau Melissa und Söhnchen Sebastian in Kalifornien. Thomas Gottschalk ist vor wenigen Jahren wieder zurückgezogen, lebt mit seiner Partnerin Karina Mroos zusammen. Doch auch Roman kann sich vorstellen, für einige Zeit in seiner zweiten Heimat zu leben. Erklärte er gegenüber Bunte. Wo die Hochzeit seines Bruders stattfinden wird, ist jedoch nicht bekannt. Haben Sie die Prominus verpasst? Hier finden Sie die Prominus der vergangenen Woche. Verwendete Quellen, Instagram.com, Bunte.de Verwendete Quellen, Instagram.com, Bunte.de